Guten Morgen, ich bin mal los Sonnenaufgaben zu filmen, mit Zeitreifer auf Einzelfotos oder auch als gefährlichen Sonnenschein, eher sonnenabgeseigte Weite. Ich hoffe die Bilder werden, was ich werde sie euch dann zeigen. Bis zum nächsten Mal. Die Stimmung hat sich wahnsinnig schön entwickelt, die Sonne kommt nur draus, es leuchtet die Farben. Wir haben ja gespannt, ob die Zahnraffer irgendwas werden, es ist einfach nur schön hier. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.